Wow! Ja, ihr habt ja gesehen, welchen Feind wir jetzt haben. Nicht schlecht, muss ich zugeben. Äh, mal schauen, wie wir sie platt machen. Und... Erstmal eine schöne Entdeckung gegen ihre Waffe ist nämlich nicht zum Spaß da. Und, äh, ja, das wird... Lustig. Hm, die Kugeln fliegen eigentlich nur... Tja, kann man nix machen, die Kugeln fliegen einfach nicht mal weg. Boah, jetzt flippt sie bereits schon aus. Boah. Ah, kacke. Oh, jetzt fängt es aber ein bisschen an zu ruckeln. Boah. Boah. Voll getroffen, aber richtig gut. Oh, steh auf! Und schön ausweiten. Ich werd erst mal... ...was zu meiner Heilung nehmen. Mist, ich wollt grad weg springen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. Four hundred seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Yeah, cool. Fortune is also our enemy. Und dann sowas. Und die kann man nicht mal töten. muitas spritikes. I'll take over Queen. What is it? It seems our friend Fatman is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes. This could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows, but he's nothing more than a stereotypical mad barber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right, I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later. Then. Now! Damn! Damn! Are you gone? No. No. That death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. All right. All right? I'll do that. I won't do that. I won't do that. I'll do that with no one. Let's go. Oh, go. I'll do it anyway. Then I will do it. I'll do it. I'll do it again. I'll do it again. I'll do it again. I'll do it. Well... There's no need for sorrow, Queen. I died once already. Damn. I can't die twice. I will solve your problem. Leave the answer to me. da war wahrscheinlich irgendwas exklusives sowie da zum beispiel und da ja gut sprich ich einfach mal drüber ist auch egal nette szene mit und fortune aber wir haben ja natürlich nicht so viel zeit also ist es auch egal was ich jetzt immer hier mache weil wir haben ja nur ein bisschen zeit fällt euch jetzt nicht so doll auf wenn ich mal hier so er schlägt auch gleich ein aber das ist auch jetzt erstmal für uns ziemlich egal wir haben ja nur wenig zeit um dieser dem ding das kommt das flug ding ist jetzt erstmal nicht hier und ich rennen hier durch schon gleich mal auf die uhr wie viel zeit wir noch haben weil bevor wir da ankommen wollte ich eigentlich noch mal speichern hat das gewählt den meisten ehrlich gefallen weil er bestimmt gleich eine nachrichte durchschicken sollen wir haben noch nicht mal wirklich zwei oder eigentlich nur die sicherheitskarte eins und das hilft uns nicht besonders wirklich also nicht besonders weiter noch schnell 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 da oben läuft er wieder lang mit seinem pernglas aber wir haben es bis hierhin geschafft ich gehe rein werde jetzt nämlich noch mal schneller hoch laufen auf die etage und wenn sie dann pause machen damit ihr bescheid wisst so und wir sehen uns